Hallo und herzlich Willkommen zu meiner ersten schamanischen Wocheninspiration. Ich habe dieses neue Format ins Leben gerufen, um euch in eurer Kraft zu stärken und euch zu inspirieren zu mehr Alltagsspiritualität in Verbindung mit modernem Schamanismus, so wie ich ihn praktiziere. Anfangen möchte ich mit einem schönen Text von Ulrich Schaffer, der heißt Erinnere dich an deine Kraft. Wir sind umgeben von Kraft. Aus den Magnetfeldern der Erde, aus den Strahlen der Sonne und den Bahnen der Planeten strömen Energien auf uns ein. Ebbe und Flut verwandeln in steter Kraft, verteilt über Jahrmillionen die Haut der Erde. Leben wird durch Energien erhalten und durch Energien zerstört. Wir sind Teil einer geheimnisvollen Gleichung. Beteiligte an einem Kraftspiel, das wir ein Leben lang versuchen zu verstehen. Auch in uns gibt es Kräfte. Sie schieben und halten uns fest. Sie erdrücken und heben uns empor. Sie stählen uns und laugen uns aus. Wir schaffen diese Kräfte selbst. Ein jeder und eine jede von uns ist ein Universum in sich. Wir sind die Energien, die in uns stecken. Wir sind das Spiel unserer Kräfte. Unser Leben drückt aus, wie wir mit ihnen umgegangen sind. Und wir begreifen immer mehr, dass wahre Stärke von innen kommt, aus der Tiefe unseres Wesens. In unserer Entscheidungsfähigkeit liegt die Kraftquelle für unser Leben. Und mit jeder Entscheidung wächst unsere Kraft. Viel Kraft steckt darin, den rechten Moment wahrzunehmen und ihn zu nutzen. Kraft wächst uns zu, wenn wir begreifen, dass wir in geheimnisvolle Zusammenhänge eingebunden sind, ohne gefesselt zu sein. Dem spirituellen Leben sind keine Grenzen gesetzt. Die Kraft des Lebens wirkt rund um den Planeten. In der Vereinfachung wächst uns Kraft zu und aus dieser Kraft entsteht Weisheit. Kraft wächst uns zu, wenn wir uns in den Fluss der Kraft stellen. Erinnere dich an die Kraft. Nicht an die Vordergründige, sondern an die, die wie ein gewaltiger Strom dein Leben von der Ewigkeit her und zur Ewigkeit hin durchzieht. Du bist eingebettet in die großen Wellen der Zeit. Du bist aufgehoben in den Verwandlungen, die keiner erklären und keiner beschreiben kann. Du bist nicht machtlos, sondern in deinem Vertrauen an das Leben entfaltest du dich. Traue deiner Kraft, traue dem Leben, dann bist du sehr gut darin aufgehoben. Ich möchte euch als nächstes ein Öl ans Herz legen, ein ätherisches Öl. Das ist das Zirbel-Kiefer-Öl. Ich liebe das sehr. Das ist jetzt von Fafalla aus der Schweiz. Die haben sehr gute Produkte. Ihr findet aber auch von Primavera zum Beispiel sehr gute Produkte. Und ich mische das in Jojoba-Öl. Das jetzt hier ist von Primavera. Ich vermische das in den Händen. Und ich mache einen Schutzmantel um mich herum. Und zwar mit der sogenannten Qi-Shower. Indem ich quasi erstmal dran rieche. Und dann die Hände vor meine Augen halte und sage, ich möchte jetzt erstmal nichts sehen. Dann halte ich die Hände vor meine Ohren und ich möchte jetzt nichts hören. Dann rieche ich nochmal dran. Dann streiche ich am Kopf entlang, am Nacken entlang, an der Körperrückseite entlang bis zu den Füßen. Dann halte ich die Füße an den Fesseln kurz fest und streiche an der Körpervorderseite wieder entlang, bis sie wieder vor mir sind, die Hände. Und reibe sie nochmal und rieche nochmal. Das ist ein Schutzmantel aus Zirbelkieferöl. Zirbelkiefer wirkt unglaublich befreiend und stärkt das Durchhaltevermögen, was wir ja gerade sehr brauchen. Und auch das Durchsetzungsvermögen, ja. Also immer wenn ihr euch schwach ausgelaugt, erschöpft fühlt, arbeitet mit Zirbelkieferöl. Das ist ein phänomenales Öl und ich möchte nicht mehr darauf verzichten. Und dieselbe Firma, Fafalla, hat auch ein beschützt sein Auraspray entwickelt, auch mit Zirbelkieferöl. Das ist ganz sacht lecker. Ich habe da gleich die ganze Literflasche mir bestellt. Und ich sprühe dann um mich herum und schon geht es mir besser. Und dieses Öl liebt übrigens auch mein Hund. Und er ist bekanntlicherweise mein bester Seismograph. Dann habe ich als nächstes einen Heilstein-Tipp, eine Heilstein-Empfehlung für euch. Und zwar zeige ich euch meinen Kakoksenit. Das ist ein Quarz, der aus sieben Steinen gepresst wurde. Und der kommt, glaube ich, in Südamerika vor, wird aber auch ganz selten in Europa von guten Steinehändlern vertrieben. Also macht euch auf die Suche nach einem Kakoksenit, wenn er euch ruft. Ich trage ihn am Herzen und er ordnet mich wunderbar. Und wenn ich ihn trage, dann merke ich, wie ich absolut in die Balance komme. Quasi wie von selbst. Er rückt mich zurecht. Ich finde das einen phänomenalen Heilstein-Kakoksenit. Dann habt ihr sicherlich auch schon gesehen, dass ich ein Kleid trage mit einem Jaguar drauf oder mit Jaguaren drauf. Das ist einer meiner stärksten Heilungsverbündeten. Und achtet mal auf eure Kleidung, was ihr so tragt. Auch, ob es Löcher hat oder ob das T-Shirt irgendwie wo kaputt ist und was draufgeschrieben ist. Also wenn da am besten ist natürlich so energetisierende Sprüche wie, you're the top oder du bist die Queen oder sonst was. Das sind wie geistige Abdrücke. Das wirkt wie ein Tattoo auf euch. Also achtet da mal drauf, dass eure Kleidung immer intakt ist. Also, dass ihr es nicht reparieren müsst. Und wenn, dann repariert es halt. Also die Energielöcher saugen nämlich auch noch Energie ab. Also ganz wichtig, keine Löcher in der Kleidung. Und wenn ihr mal besonders kraftlos seid, dann tragt rote Kleidung. Und es kann auch nur ein rotes T-Shirt sein oder ein roter Pyjama oder auch nur rote Socken. Ja, aber durch die Farbe Rot bekommt ihr auch gute, starke Impulse von Kraft. Ja, das ist eine Powerfarbe schlechthin. Diese und viele anderen Tipps und Tricks und magisch-schamanisches Zubehör und Heilrituale findet ihr in meinem Buch, das in Kürze erscheint. Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden. Ich auch. Und ich führe dort in aller Ausführlichkeit quasi wie ein Ratgeber durch die schamanische Welt. Gebunden an eine Autobiografie, nämlich meine. Und das Buch heißt Das Leben, das wir beide lieben. Und warum es so heißt, erkläre ich im Vorwort. Und es gibt auch dann eine Lesung hier online. So, und jetzt möchte ich euch zu guter Letzt noch ermutigen. Ich rassle jetzt noch für euch. Und ich möchte, dass ihr euch verbindet mit eurem Krafttier, sofern ihr denn eins habt. Und wenn ihr keines habt, dann schaut, was für ein Tiergeist zu euch kommen möchte. Das kann eine Maus sein oder ein Adler oder ein Bär oder ein Kakadu oder ein Vogel. Achtet da mal drauf und völlig wertfrei begebt euch an einen Ort in der Natur. Der kann fiktiv sein oder auch real. Also den kann es geben oder den gibt es nur in eurer Fantasie. Und schaut, wer euch zu Besuch kommt. Ja, wer euch besuchen möchte. Und tanzt dann mit dem Krafttier. Und vielleicht hat es auch ein Geschenk. Oder ihr möchtet ein Geschenk dem Krafttier geben. Also eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und ich möchte euch jetzt mit meinen Rasseln in die schamanische Trance versetzen. Ich mache das vielleicht ein, zwei Minuten. Also nur ganz kurz wie eine Energiedusche, wie eine frische Dusche. Tanzt mit eurem Krafttier. Verschmelzt mit ihm. Und trennt euch wieder von ihm, wenn ich anders rassle. Also vier mal sieben, so Rattle Rolls. Da rassle ich dann anders. Dann kommt ihr wieder zurück. Und erdet euch wieder in diesem Raum, in dem ihr euch gerade befindet. Ja, also los geht's. Ja, also los geht's. Ja, also los geht's. Kommt wieder zurück in dem Raum, in dem ihr euch befindet und erdet euch, indem ihr sagt, ich bin hier im Raum bei mir zu Hause. Ich hoffe, das hat euch jetzt gefallen und ihr seid mit eurem Krafttier eine Symbiose eingegangen, habt mit ihm getanzt. Und seid frisch. Und seid frisch getankt und frisch gestärkt und könnt so die neue Woche in Angriff nehmen. Ich freue mich von euch zu hören und hinterlasst gerne Feedback in den Kommentaren oder schreibt mir via E-Mail, mail.sancespalencia.de. Ihr findet mich, ihr findet die Kontaktdaten immer auf meiner Homepage www.phoenix-dance.net und das war's mit der ersten schamanischen Wocheninspiration. Dieses Format wird es jede Woche geben, jeden Montag und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Alles Gute wünsche ich euch. Eure Jessica